Hi! Und auch heute eine Erlegung für dich und zwar für dich und deine Zwillingsflamme. Ich habe hier die Karten mitgebracht und zwar die aufgestiegene Meisterkarten und die Drachenkraftenergien. Dann werde ich noch hier das Liebesorakel von Amos Botschaften verwenden und natürlich auch die Chux Bezano Karten. Wenn es verletzt, ist es keine Liebe. Lass uns schauen. Wir machen ein Energy Update hier für dich und deine Zwillingsflamme. Ja, wir fragen jetzt mal, aus welcher Energie kommst du? Aus welcher Energie kommt er? Wo ihr euch jetzt gerade befindet und wie das auch weitergeht. Ja, konzentriere dich. Also wir beginnen natürlich mit deiner Seite. Aus welcher Energie du kommst? Deine Seite. Wo bist du gerade? Oh! Also bei dir ist aktuell sehr viel los. So, das nehme ich jetzt hier wahr. Also sehr viel los. Und wie geht es denn weiter? Wie geht es denn weiter? Und jetzt bei deiner Twin Flame oder Zwillingsflamme. Aus welcher Energie kommt er? Aus welcher Energie kommt er? So. So. Wo ist er jetzt gerade? Und wie geht es weiter? So. Und was euch verbindet? Also die positive Veränderung. Das ist so cool. Wir schauen jetzt mal nochmal die Drachenkraft-Orakel, was sie euch sagen bei diesem Energy Update. Und natürlich denkt auch dabei, morgen ist der Neumond dran und dann gibt es auch einen Neumond-Energiekreis und Neumond-Ritual. Bei dem Neumond könnt ihr eure Wünsche natürlich auch manifestieren, ja? So. So. Wo bist du jetzt momentan? In welcher Energie? Und wie geht es weiter? So. Und bei deiner Zwillingsflamme, die Legung habe ich schon seit längerem nicht gemacht. Aber ab und an mache ich dann halt so eine Energie-Update, ne? So. So. Ihr könnt ja natürlich meinen Kanal abonnieren und auch meine vielfältigen Videos hier auch schauen. Aber ihr könnt auch gerne immer wieder etwas bei mir persönliches auch buchen, ja? Ja. Ja. Wie geht es denn weiter bei deiner Zwillingsflamme? So. Also was euch verbindet? Die Stille. Also positive Veränderung und die Stille. Also da passiert was, also im Inneren, dass ihr vielleicht beide in die Stille geht, ja? So. Wir schauen mal deine Seite an. Aus welcher Energie kommst du? Also das heißt in deiner Vergangenheit, was hat sich da jetzt auch bei dir getan? Also es geht darum, also du hast vielleicht auch viel an dir gearbeitet. Du hast diese Fruchtbarkeit, die Leichtigkeit. Und ich habe das Gefühl, du bist auch wirklich durch eine Wahnsinnsreinigungsphase durchgegangen. Vielleicht hast du auch so irgendwie eine Entgiftung gemacht, du hast ganz viel Wasser getrunken, ganz vieles losgelassen und ja, öffne dein Herz. Das heißt, du bist total in dieser Herzöffnung drin gewesen, also in dieser Christusenergie. Und ich habe das Gefühl, ja, du warst auch, wo du aus dieser Energie der Erdenkraft kommst du. Du verbindest dich intensiv mit Mutter Erde und ja, du wirst wunderbar dadurch unterstützt. Und in dir ist dieses Drachenfeuer erwacht. Ich lasse mich von kraftvollem Feuer meine Drachenfreude durchströmen. Das geht auch darum, um deine Empathie zu erweitern. Ich erweitere meine Wahrnehmung und entwickle dadurch mehr Empathie. Und du kommst auch an eine sehr mutige Energie. Also ich habe das Gefühl, du hast Mut und ganz viel Vertrauen in deinem Herzen. Und du folgst einfach deinen Visionen. Und das nehme ich jetzt hier wirklich sehr, sehr intensiv auch wirklich wahr. Ja, jetzt lass uns mal schauen, wie es hier bei deiner Zwillingsflamme weitergeht. Ja, so lass uns schauen. So, aus welcher Energie kommt er? Ja, also er kommt, sorge gut für dich. Also das heißt, vielleicht hatte sich auch viel um sich selber gekümmert, viel so seine Wünsche erfüllt, viel sich mit sich selbst befasst. Also er hatte jetzt auch mittlerweile die Bereitschaft, so etwas zu beginnen. Also gehe jetzt vom Serapis B, also der hat vielleicht auch seinen Weg begonnen. Und er hat sich auch immer wieder vielleicht auch in der Natur zurückgezogen. Und es geht darum, also sehr in diese weibliche Energie, die Yin-Energie. Ich achte jetzt verstärkt auf meine weibliche Kräfte und Bedürfnisse. Und es geht auch darum, also um die Segnungen. Also er hatte auch wirklich Segnungen von Leben bekommen. Und er hat sich selber übertroffen. Also der Meister selbst heißt, ich handle aus dem Bewusstsein meines inneren Meisters heraus. Und wie geht's denn? Also wo bist du momentan jetzt gerade bei dir? Lass uns schauen. Du hast sehr viele Karten bekommen. Also das ist eine weibliche Seite. Also ich habe das Gefühl, du bist sehr fokussiert. Und dass du dich auf deine Stärken besinnst, was du gut kannst. Und ich habe auch das Gefühl, dass du total viel mit der Energieheilung machst. Und dass du jetzt viel mehr Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben finden wirst. Und dass du loslässt. Und es geht auch darum, also dieses Ja symbolisiert, dass du dich dafür einfach öffnest für dieses Loslassen. Und dass du sagst, ich nehme die Situation jetzt selber in der Hand. Und also in dir ist momentan eine große Drachenliebe erwacht. Ich fühle mich, wie sich mein Herz in Liebe und im Herzen der Drachen verbindet. Und also du hast hier eine Reinigungsphase. Ich reinige mich innerlich und lasse alte Gedanken, Gefühle und Energien los. Und es geht auch hier ein Stück weit um die Freiheit. Ich befreie mich selbst von meinem einschränkenden Gedanken und Gefühlen. Und du kommst in eine Fülle. Das Universum hält einen immerwährenden Strom der Fülle für mich bereit. So, dann schauen wir weiter hier. In welcher Energie ist gerade jetzt deine Zwillingsflamme? Ja, so, es geht hier darum, dass er so seine Energie reinigt und schützt mit El Moraya. Und dass er so seinem Herzen folgt. Und es geht auch ein Stück weit darum, dass er Prioritäten sich setzt. Was ist mir wichtig im Leben? Also er ist total in Begeisterung. Und durch diese Begeisterung, das ist eine Energie, dass da auch eine schöpferische Kraft in Gang kommt. Und auch selbstbewusster wird. Ich werde mir mehr und mehr bewusst, wer ich wirklich bin. Und es geht um die Dankbarkeit. Ich bin dankbar und wertschätze alles, was sich in meinem Leben zeigt. Ja, und wie geht es denn weiter als eine Vorschau in der Zukunft? Das ist natürlich, wir haben keine, wir haben keine Zeit. Aber trotzdem, wir schauen jetzt mal einfach hinein. Ja, also für dich, für dich ist die Zwillingsflamme gekommen. Oh Mann! Und es geht auch darum, ja, friedlich, wähle Frieden und ja, befreie dich von Drama. Also du brauchst keine Drama in deinem Leben zu haben, sondern lebe im Jetzt. Ich lebe im Jetzt und ich erschaffe mir meine Realität bewusst jeden Tag von Neuem. Frieden und ich wähle Frieden. Oh, das ist Wahnsinn. Habt ihr gesehen, wie ich die Karten gemischt habe? Ich erschaffe jetzt Frieden in mir selbst und lasse diesen auch in die Welt hinein strömen und in der Leichtigkeit zu gehen. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass mein Leben unbeschwert und leicht sein darf. Großartig. So, jetzt deine Zwillingsflamme, wie geht es denn hier weiter? Ja, also zeige dich. Das heißt, also er kommt auch mehr in Selbstbewusstsein. Und dann Lakshmi, also kommt er auch in Wohlstand. Das ist ein gutes Gefühl. Und Lehrer, Lehrerin zeigt sich für ihn. Und ja, also Friedensgabe, so eine ganz friedvolle Energie, da geht es hin. Also dass er, also ein bisschen geduldig ist, ich habe Geduld und weiß, dass alles zur rechten Zeit in dein Leben kommt oder tritt. Und die Tatkraft, ich werde jetzt aktiv und bringe etwas Neues in mein Leben im Gang. Und die Bestimmung, ich bin dazu bestimmt mit Freude, viele unterschiedliche Lebenserfahrungen zu machen. Wir ziehen jetzt natürlich eine Karte. Ja, nochmal für dich und nochmal für deine Zwillingsflamme. So, ja, konzentriere dich. So, für dich. Jedes Problem außerhalb deiner Beziehung kann innerhalb deiner Beziehung geheilt werden. So, also das heißt, also immer wieder darauf sich konzentrieren, was du in der Heilung bringen möchtest, ja. So, und für deine Zwillingsflamme. Je länger du dich festklammerst, umso mehr verlierst du. Also das ist auch ein Hinweis für ihn, dass er wirklich in der Tat kommt, ja. In der Tatkraft. Je mehr du dich selbst liebst, umso mehr wirst du erkennen, dass du geliebt wirst. Und jetzt noch ein, ja, noch ein Herzkarte, ja. Also Klammern war noch nicht gut. So, wir lassen ein Herz springen für dich. Oh, schau mal, ich liebe dich. Das fühlte für dich. Und was fühlst du für ihn? Ja, lausche in dein Herz hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und da ist der Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume. Eine volle Leidenschaft. Ich hoffe, das hat dir gefallen, diese Energy Update. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Ich sage Dankeschön und bis bald. Musik Musik